Ich sehe eine Zukunft vor mir, in der Menschen andere Wege gehen, in der Sonnenenergie für jedermann und jede Frau einfach leistbar ist. Eine Zukunft, in der die Energie der Sonne 365 Tage im Jahr für die Menschen nutzbar ist, in der man sich keine Gedanken über Rohstoffpreise und Versorgungssicherheit machen muss. Eine Zukunft, in der Menschen energiegeladen das Leben genießen, ohne sich den Kopf über das Morgen zerbrechen zu müssen. Eine Zukunft, in der jeder Solaranlagen einfach montiert und sich täglich an der Leichtbedienbarkeit und der langen Lebensdauer dieser wartungsarmen Technologie erfreut. Eine Zukunft, in der die Kraft der Sonne hohe Lebensqualität für viele Generationen erschließt. In der wir im Einklang mit der Natur leben. Und in der das Wort Heizkosten ein längst Vergessenes ist. Eine Zukunft, in der Sonnenkraft eine essentielle Rolle im täglichen Leben der Menschen spielt. Und eine Technologie bietet, die weltweit effizient genutzt wird. Ich sehe eine Zukunft, ganz sonnenklar. Und diese Zukunft beginnt jetzt, heute und hier. Sonnenkraft Sonnenkraft Untertitelung des ZDF, 2020